Im Wald stehen acht Bären, die so nebeneinander stehen und so eigenartige Bewegungen machen, ganz eigenartige Bewegungen, so ein ganzes Rudelbären. Machst du mich mit dem Fuß dann? Weißt du, der kehrt. Weißt du, der kehrt nicht mehr. Oh, oh. Und die stehen nebeneinander und machen so Bewegungen, kommt der Jäger vorbei und sagt, entschuldigen Sie, was macht Sie da, was macht Sie da, Bären, was macht Sie da? Der Bär dreht sich um, der Erste sagt, geh weg, geh weg, mit einem Rudelbumsen, geh weg. Na gut, der Jäger verzieht sich und denkt sich, okay, das ist privat. Der Arzt, das ist das. Der darf ich nicht zuschauen, na gut, der Jäger geht weg. Am nächsten Tag denkt er sich, er schaut lieber noch mal. Ich mir schau's egal. Nein, noch schnell Brotzen, geh ich da aus. Ja, dann lassen wir's gleich. Nein. Sehr gut, den kannst du in der nächsten Nummer dazu. Pass, den heb ich mal auf. Das ist aber auch der Pokal. Den heb ich mal auf. Aber vielleicht wird er noch schlecht, also ich geb eh nicht raus. Jedenfalls, der Jäger denkt sich am nächsten Tag, er schaut lieber noch einmal nach an der Stelle, ob's da mit rechten Dingen zugeht, sicht er wieder das Rudelbären. Der Jäger geht vorbei, sagt, was tut sich da, was tut sich? Du hattest ja schon wieder Rudelbumsen, sagt der Bär. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Na gut, der Jäger geht wieder weg. Am nächsten Tag denkt er sich, na ja, ein drittes Mal wird das nicht sein, weil ich schau trotzdem nach. Geht in den Wald und sicht an der Stelle keine Bären, denkt sich komisch, keine Bären. Was hast denn du? Wer bist denn du überhaupt? Sagt er, ich bin der Rudel. Sehr schön. Ich schwanz! Ich kann euch versuchen. Ich bin der Rudel. Vielen Dank.